Stirn einmal auf die Hände legen, Füße hochziehen, Knie durchdrücken und den Fuß lang machen. Beine in der Luft halten, Stück nach unten, halten, halten, weiter atmen, Fuß anstellen und locker lassen. Füße wieder hochziehen, Knie durchdrücken, das andere Bein, Fuß wegstrecken, nach unten ein wenig, halten, halten, weiter atmen, Fuß anstellen, locker lassen, lösen. Halten Sie diese Übung 10 Sekunden und wiederholen Sie jede Seite 5 Mal.